Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Und wir müssen immer noch das Horn beschaffen. Das Horn. Ihr wisst Bescheid. Ja. So, ja, komm, Ladepause. Nehmen wir was Schönes. Das ist aber nicht der Dungeon, an den ich gedacht habe am Anfang, wo ich gesagt habe, ah, ich weiß welcher das ist. Das ist der doch nicht. Aber natürlich kenne ich den hier. Oh, es ist der doch. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Ja, das ist der Beweis, dass das doch ist. Scheiße. Äh, ich habe gehofft, dass der ist und nicht ist. Hier läuft irgendwo einer rum. Da kommt der. Ah, es geht. Äh, Gold, Knochen, Mehl, Stahlbach. Äh, Halskette kann die behalten. Kann ich hier schon runter? Ja, definitiv. Äh, das war eine Falle. Äh, ich brenne. Hier ist nichts. Hier liegt ein Toter. Nehmen wir mal was Gold mit. Wow. Burn, warte, burn. Okay, gib mir das Gold, gib mir jetzt Knochenmehl. Okay. Das hätte ich ja schon gerne. Hier läuft einer rum, ich weiß. Der kommt da jetzt. Oh, ein Ruheloser. Ich habe an dem vorbeigeschlagen. Schon wieder. Schon wieder. Wo ist er? Da. So, gib mir dein Gold. Ich will wissen, was hier noch ist. Das braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Brauch auch kein Mensch. Die Bergblume nehme ich mit. Die nehme ich auch mit. Ich habe gerade geguckt, ob was in den Eimer drin ist, aber nein. Hier ist ein bisschen Frost am Boden. Das kann doch nicht hier schon alles gewesen sein. In der Urne ist noch was. Gold. Der Urne. Ist auch was. Auch nochmal Gold. Das war nicht viel. Hier geht's lang. Wo geht's hier lang? Zu einer Truhe. Gold. Magiker. Orgische Dolch. Nein. Brauche ich nicht. Heiltrank. Oh, nochmal. Oh, jetzt hätten wir noch nicht genug davon. Neh. Neh mal mit. So. Ja, so wie es aussieht, war es das. Da können wir ja den normalen Ausgang benutzen. Ach. Habe ich da was gesehen? Nein. Rechts ist... nichts. Dann gehen wir links rum. Hier ist... Öl. Äh, Benzin. Keine Ahnung. Ich denke mal, wohl eher Benzin. Traurig, aber nicht, um die zu töten. Kann ich auch so machen. Ähm. Ja. Aber hier entschalten wir auch nicht. Okay, 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 okay. Vercoolt Bücher und Rollsheddle. Ist auch nichts. Okay. Äh, hä, 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 hä. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Uh. Okay. Jetzt kommen, glaube ich, Skelette. Genau. Das war mir noch bewusst. Hallo, ich will erst mal das... Okay, hier ist Skelette. Ist schon, okay. Ich glaube, die anderen beiden stehen da oben. Wir müssen auch oben hin. Ich gehe allerdings jetzt erstmal runter. Denn unten haben wir nämlich noch was Schönes. Das weiß ich noch. Äh. Deh, 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 deh. Ja, ich wollte gar nicht mal sagen. Einmal so ein Schrei. Geist-Ätherische Gestalt. Und dann haben wir einmal im Wasserfall noch etwas. Und zwar einen Gegner, der jetzt mal hier rauskommt. Genau. Ruheloser. Kein Problem. Oh, Entschuldigung. Einhändig verbessert. Gold. Knochenmehl. Mit Ruhe. Gold. Stahlstuhlstiefel. Rüstung 18. Was habe ich denn? Auch Stahlstuhl. Okay. Dann, äh, brauche ich das nicht. Okay. Jetzt können wir hochgehen. Ich rüste vielleicht sogar mal meinen Bogen aus. Vielleicht kriege ich die Skelete ja irgendwie geschossen. Das ist erstmal wieder hier hochgehen. Ah, da ist er eins. Es ist doch noch runtergekommen. Boah, wie es zerspringt. Geil. Tschö. Warte auf der Liegste. Okay, dann. Skelette haben eigentlich nie was dabei. Brauche ich eigentlich nie nachzugucken. Einer stand auf jeden Fall da oben. Der hat mich immer genervt. Da oben sehen wir mal Feuer. Ach, da hinten gab es auch noch gute Sachen. Hier. War hier nicht irgendwo und trank noch. Der hier irgendwo oben lag. Ach, da, genau. Ich habe gedacht, da wäre mehr gewesen, aber naja. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Okay, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Da sehe ich auch überhaupt nichts. Okay. Uiuiui, da hing ich aber gerade schwer an der Kante. Da oben stand ein Skelett. Irgendwo da. Hauptsache, ich habe erstmal alle drei erwischt. Boah, voll erwischt. Geil. Ich gehe jetzt erstmal da hoch, weil da hoch ist es mir nämlich gar nicht hin. Da kann ich erstmal gucken, ob da oben überhaupt was ist. Wenn ich irgendwas sehen könnte, da hätten sie Schwurren und einen Heilungstrank. Heilungstränke, also die haben jetzt ordentlich reingekackt bekommen hier. Granat oder Granitstein. Mehr ist hier nicht. So, jetzt kommt eine echt fiese Sache. Ich aktiviere einfach mal alles. So, du musst alle drei aktivieren, sodass alle drei Dinger hochgehen und dann musst du da durchjumpen. Und das ist nicht einfach. Zumindest für mich. Ich habe da Jahre dafür gebraucht, während andere Leute da direkt beim ersten Mal durchkamen. Ich habe den Bibel-Sprint. War das jetzt die rechte oder die linke Taste? Die rechte, okay. Äh, wo? Ich bin die Treppe hochgejumped, okay. Gut zu wissen. Okay, ich lasse das jetzt erstmal aufladen. Du musst links, rechts, links und dann durch. Bevor das erste wieder runter geht. Okay, okay, okay. Okay, okay. Go. Nein! Fuck! Ich war mir überlegen. Aktivierst du es jetzt oder vielleicht noch einen Ticken später? Scheiße, ich habe es so vor. Ja, komm, mache ich die andere Sache. Damit alle wieder ausgehen. Ach, das geht gar nicht aus, finde ich okay. Okay, go. Yes, yes, yes! Bitches! So, durch! Oh, ich glaube, ich weiß, was hier kam. Ich glaube, das war nicht so schön. Was hatte ich denn immer? Schaden den, ne? Schaden 17, der hat 18. Hier kam doch Feuer raus, oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 genau, 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 genau. Renn, Motherfucker! Und töte die Spinne. Das ist mir egal. Du bist vergiftet worden. Oh! Die habe ich nicht gesehen. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich! Ich habe doch geheilt! Oh nein, muss ich jetzt am Anfang des Raumes wieder starten? Das wäre echt bitter. Oh nein, das wäre zu bitter. Das wäre zu bitter. Oh, ey, heute ist echt mein Aufnahmetag. Ich habe jetzt jede Aufnahme, die ich heute gemacht habe, verkackt. Jede. Oh, es darf doch nicht wahr sein. Warum ist denn heute so ein Scheißtag in Sachen von Aufnehmen, ey? Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Oh! Geht mir das auf... Oh, ja, ja. Ja, komm her. Höhöhöh, tot. Komm. Geh um die Ecke, du Spast. Hö, höhöhöh, tot. Ich sterbe. Ich schuld mir jetzt trotzdem nochmal alles wieder, was ich gefunden habe. Hier lag doch noch irgendwo was. Hier lag doch noch irgendwo was. Da war eine Truhe, irgendwo. Da. Dann noch die. Hallo. Kann ich hier nicht irgendwo links? Ach, hier. Pass bloß auf, mein Freund. Pass bloß auf. Da war nichts. Jetzt kommen hier nochmal zwei. Rot. Ich sehe hier einen Schalter an der Wand. Was bewirkt der denn? So, der Schalter jetzt bewirkt. Nichts. Bestimmt irgendwas, aber da habe ich jetzt echt keinen Bock nachzugucken. So leid es mir auch tut. Verreckerst du denn, verrecke. Nächster. Verrecke. 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 Komm schon, wo sind die Nächsten? Da. Dann wiederum kümmere ich mich jetzt gar nicht. Da hinten steht noch einer. Ich laufe an den Probanden. Das sind definitiv noch da oben zwei. Da komme ich nicht hin. Dann gehe ich halt runter. Hol mir schnell nochmal die Sachen von unten. Es ist riskant, aber ich probiere es. Und es geht nicht. Ja, was für ein Ding. Okay, dann spiele ich das nochmal so. Bis dahin, wo wir gerade eben mal waren. Ach, Fick, Mann. Fuck. Scheiße. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwo gefallen. Wenn ja, stellt euch auch im nächsten Blatt wieder ein. Und ich sage bis dahin. Tschüss.